hallo zu einer weiteren folge animation throwdown den shop news und combo masteries mit minimalen im hintergrund die andere stimme so wie die kommentare ein old mann snyder gold pack gekauft war disco krimi drin die momente kenne ich zu genüge aber ich mache das ja nicht mehr so dass ich mir nur noch ein golden turd pack hole sondern wenn dann sammle ich erst mal bis ich ungefähr die 800 gems zusammen habe und danach okay jetzt sammle ich länger wie ihr seht da oben weil ich ja immer noch auf das dr seudberg mit weg warte so aber die momente kenne ich das tut dann richtig weh wenn du dann gleich mehrere golden turds holst und da kommt dann nur schrutt bei raus so tom der fan danke für die fragen beantwortung ohne dich hätte ich so viele geberts verbraucht gerne mache ich immer wieder gerne du meinst diese combo mastery stone skill also dann haben wir hier die sture katze ja ich bin wieder da ja sie ich wieder da so da gehen wir mal jetzt hier rein gucken wir mal ganz kurz was was so heute am start ist also da hätten wir zum einen nach wie vor dem mythic block in mamas altmodisch geheimnis schatoule ja warum man nicht so wirklich unbedingt da die nächste die man nicht so wirklich braucht mythic day to bad code karls knife wheeling seal bild autory ist geil aber die mythic da vorne nicht also dafür keine 500 gems ausgeben goggles and cats box nach wie vor relativ nah ist die smith eugene belcher mit drin farnsworth cat goggles cat cuddles knife wheeling seal passend zum animal bg ganz gute karten drin ja dann sind wir auch schon soweit dann sind wir schon in der combo mastery und da haben wir eine er war jetzt halt bei diesem double bg kostüm und drogen hammer krass hat nämlich beide boni gehabt captain yesterday schauen wir uns mal ganz kurz den captain yesterday an moment muss gucke hier so machen da rein jetzt kommt da ist captain yesterday hier hatte er tatsächlich nur eine bombe ja aber eben durch durch diese double bg geschichte war halt echt mega stark so hat er jetzt einfach nur eine bombe das klicke ich denn gerade alles hier an meine güte so also ja finden jetzt jetzt nicht mehr ganz so stark weil nur die bombe das haben viele andere karten kombos eben auch wenn wir den jetzt maxen abkommen kommt sowieso nur für 500 gems und die leute die die 500 gems für ausgeben die werden schon wissen warum das machen keine ahnung also hier die space queen gucken wir uns die mal dafür an ist ein klein wenig interessanter jama revanche grace und ein schild gerade bei der mythic hailey 19 fach revanche 10 fach praise 22 angriff 67 leben und chillt da das ist schon stark aber funktioniert nur mit rogers kleiderschrank diejenigen die die mythic hailey haben werden wahrscheinlich auch genügend gems für die combo haben weil die 6 gut aber 500 gems ich gebe halt nicht so viel für eine combo von combo recipe aus so dann hätten wir eck versus tornado das ist eine karte die habe ich auch schon des öfteren gespielt sieht folgendermaßen aus sammeln bobby mit fighter bzw mit waffen karten nicht weiter waffen karten hier mit katana tricher takana balsunga balsuka long stick with sharp rock doomsday device cork gun cat launcher cat guards cat with gun big ass gun und so weiter und so fort kommt eine karte raus die sehr defensiv ist mit hijack mit einer bombe mit revanche 20 angriff jetzt hier zum beispiel und 52 leben 9 fach hijack 14 revanche 11 bombe habe ich auch schon des öfteren gespielt ist schon ziemlich effektiv würde ich mal sagen aber ich glaube schon keine steinchen mehr offen ansonsten würde ich mir jetzt wahrscheinlich einfach holen als zumindest mal ein tausender für ausgeben 850 habe ich noch so dann haben wir aber ist zu empfehlen wer den bobby hat und noch genügend steine übrig macht auf jeden fall sind so dann haben wir jetzt hier den mackburgertown stewie sieht folgendermaßen aus jahren jetzt bobsburgers mit einem stewie also restaurant karten und das war es dann auch schon also der rest hier sind nur noch kommens und da kommt dann halt so was daraus heißt also also was was kann man jetzt sagen die leute die tatsächlich also für den captain jester der ist zu spät wg ist rum space screen ist gut wer genügend gems hat und eben die mitte kelly ja dann haben wir etwas tornado wer den bobby hat und eben dementsprechend die waffen karten muss sich überlegen wie oft er diese combo spielt und ob es dafür ausgibt die combo ist auf jeden fall gut und hier mackburgertown stewie ist für die tonne so also wenn es euch geholfen und gefallen hat würde ich mich natürlich riesig über einen daumen nach oben freuen schreibt was in die kommentare abonniert den kanal leute die glock und schalte zunächst mal wieder ein wenn es wieder ist animation throwdown mit mir den mann gleich schaut rein macht's gut bis dann und tschüss tschüss